Die Schwerkraft zu verstehen, bedeutet die Form des Universums zu begreifen. Und die Harmonie zu hören, die ihm zugrunde liegt. Beginnen wir mit dem Experiment. Sigma anwesend. Barriere aktiviert. Ich bringe den Kampf zu ihm. Beeindruckend. Aber so berechenbar. Schätze mir die Messreihe fort. Das ist eure gerechte Strafe. Faszinierend. Aber wer hoch steigt, fällt tief. Ich erkenne ein Muster. Die Daten lassen nur einen Schluss zu. Das Experiment ist beinahe beendet. Spürt ihr das? Gravitationsfluss ist bereit. Das Universum singt für mich. Lausch der Melodie, die alle Dinge verbindet. Das Universum ist atemberaubend, nicht wahr? Das ist ein paar Minuten. Das ist ein paar Minuten. Das ist ein paar Minuten.